Hallo liebe ASMR-Freundinnen und Freunde, heute haben wir ein ganz spezielles ASMR-Video geplant. Ein Katzen-ASMR-Video mit den feinsten Sachen, die es für Katzen gibt. Hühnchen-Savage mit Fisch, Midi-Steaks aus Lachs-Kabeljau. Liebe Katze, ich muss jetzt sofort der linken Katze ein bisschen runtergehen, weil sonst erzeugt sie lauter Störgeräusche. So, Katze, komm her. Oh, das müssen ja längelig sein. Die Katze, komm her. Kleine Mini-Steaks für die Katze. Kleine Mini-Steaks für die Katze. Was es nicht alles gibt. Uiuiuiuiui. Was haben wir hier? Sardine. Enriched with Parsley. Soft-Snack for old cats. For healthy Disgestion. Feinsteinkum kann es bestehen. Gegnersket im Tor. Westland & scope berühst du alles zu? Wie sieht das aus? En Clek von dietryssendias? Und damit ja, die Ind буде nach. Schönt sommer besagt in seinem Knoại WHO Stadt traumatisiert wird, Du kannst auch einfach das Auto abfahren in wäre Powerade Werther-Orgacke. Ich bin schon gespannt, was hier drin ist. Eine Käsecreme, Spezialcreme mit Kalzium für ein ausgeglichenes Mineralstoffverhältnis. Doch die Krönung ist meiner Meinung nach diese Packung. Geflügel- und Katzengras mit Taurin, Granatapfelkernen und Lachsöl. Das klingt ganz nach drei Michelin-Sterne für die Katzenhöhe. Mit Taurin, Granatapfelkernen und Lachsöl. Taurin, wozu braucht eine Katze Taurin, stelle ich mir die Frage. Und haben wir schon genug und fährst noch mit einem kleinen Steak. Schmeckt es der Katze nicht? Sie möchten noch ein paar Steaks haben. Aber ich glaube, meine liebe Katze, dass sie besonders gut schmeckt. Katze, schau. Katze, schau. Katze, schau. Dann schau, ich weiß nicht, wie hier. congregerem Funk Das scheint die Episodes zu schmecken. Das scheint die Episodes zu schmecken. Als Nachspeise noch eine Sardine mit Petersilie. Oder wie wäre es vielleicht noch mit einem kleinen Steak? Oder wie wäre es die Episodes zu schmecken? Das ist richtig entspannend, der Katze zuzuschauen und zuzuhören. Wie sie diese Köstlichkeit verspeist. Sie hätte gerne noch ein paar kleine Steaks. Oder ein Sandwich. Wie die Irrwachen. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ich dachte mir, das sind nur bunte Packungen mit Klingen, Inhaltsstoffen und Namen. Aber es scheint so, als hätte der Katze dieses Michel Gourmet Menü wirklich sehr gut geschmeckt. Das war's dann wieder mal mit unserer kleinen ASMR-Session. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich schwache mich. Ich glaube, das war das Gericht von dir. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich liebe mich. Ich bin großartig. Untertitelung des ZDF, 2020